Der Ball bleibt im Spiel, er trifft den Pfosten! Sie liegen vorne und das ist natürlich absolut verdient. Ja, ich mach nur auf den Spielverlauf. Das passt. Absolut verdient der Treffer, oder Buschi? Ja, definitiv. Sie tun einfach mehr fürs Spiel, erarbeiten sich die Chance und dann muss ja eben... Guter Pass! Gute Chance! Und jetzt die Chance! Das Tor wird erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Klasse Pass! Achtung jetzt! Jetzt vielleicht! Oh, kein Tor! Ist doch nicht zu glauben! Na, den hätte er besser platzieren müssen. Er sitzt nicht durch und jetzt könnte es was werden! Die Chance lebt noch! Dann zieht er ab! Da macht er ihn rein! Kurze Distanz, das war doch nicht allzu schwierig. Das Tor sehen wir jetzt noch mal in der Verlangsamung. Saubere Flanke von der linken Seite, technisch einwandfrei! Und er hat... Jetzt könnte es gefährlich werden! Da geht er vorbei! Und jetzt die Chance! Und ein Tor! Das war heute schon sein drittes Tor! Eine spitze Leistung! Indr 183 Wird das eine Torchance? Nr. Jetzt vielleicht! Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen Sie konsequent. Geht der rein! Tick zu hoch, der Ball schleift die Latte und geht ins Haus.